es steht da schon dunkle stärke gründe ja eben klar im flammen lüft gestützt katapult ausgesetzt ich auch nicht drauf 300 noch was reicht das ja ich kann doch ein leider ja dann mach Tanix gehört keinem Hals, er kniet vor keinem Banner nieder, spohr seine Treue keinem Kelm. Er ist ein Mörder und darin sehr gut. Ich habe ihn verfolgt, seit die Wölfe ihre Ketten zerbrochen haben. Tanix oder Tarn? Ich hoffe auf Mega Loot. 320er Artefakt. Gibt es doch gar nicht, oder? Tanix wurde losgeschickt, um die Schar zu bestehlen. Dein Job ist immer so einfach. Reiche die Opfer, halte ihn davon ab, das dunkel zu stehlen. Lass mich warten, der noch um die Straße ist. Ja, 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 ja. Wer hier reinkommt, wer hier reinkommt. Ich bin noch ein Weg zum Tun, ich muss noch eine Waffe machen. Wird sie abschießen, oder sind wir durch? Ja, ich will gucken, wie stark die Waffe ist. Oh, 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 oh. Zuladen Slamm. Ich erinnere mich an Tanix von den Eriftrieben. Ja, Gallowhorn. Ja, Gallowhorn los. Schlaue, schlaue Kräutur. Aufzugsfeld ist gestört. Catching genau über dir. Oh, Zuladen links. Ladschneller nach. Wo? Schlaue Kräutur. Mach irgendwas mit der Hausa, trage ich selber. Schlaue Kräutur. Ladschneller nach. Die Kapitänis. Ach ja, stimmt, die haben auch diese komische Waffe da. So viel. Wie alt. Wie alt, wie haupt das damals. Ja genau, diese . Tief Left Schuss. Schuss. Schultflinte da. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wieso wechselst du so schön Säule, gell? Stimmt auch wieder. Kann ich hier eigentlich mal machen. Warte. Güter gefallen. Ich denke gar nicht mehr dran, dass ich noch eine Golden Gun links habe. Übergeht sich immer. Ich spiele eigentlich nur Nachtflöscher. Ich weiß auch nicht warum. Dann packen wir uns gestrickt. Oh, das war nichts. Oh, Alter. Ja, ich glaube, wir haben uns hier. Güter gefallen. Dann packen wir uns jetzt. Jetzt geht er weg. Nein, das geht doch schon nicht. Ich kann mich hier wieder überleben. Ja, das muss ich hier durch Geron eins nehmen. Achso, ich kann auch nicht. Scheiße. Kennt sich niemand aus wie Geister hier? Geister hier? Nein. Eigentlich sind es hier keine, ne. Schade. Wenn nie was von gehört. Wenn ja, dann würde ich mich das wundern. Schade. Warum, wie willst du es? Ich fange jetzt an die Geister zusammen. So, aber wir fehlen noch 5 oder so. Ich wusste letztes, also bevor ich hier bin, wusste ich wo eine wie. Ich weiß nicht, dass ich eine Zeuge habe. Ja. YouTube reicht. Die drei Geister aber einen Paradox hast wahrscheinlich schon, ne. Musst ihr ja, glaube ich, ne. Ich hab's nicht zu tun. Ich hab's nicht zu tun. Naja. Das ist ja, ich hab's nicht zu tun. Ich hab's nicht zu tun. Hier ist noch ein geiles Läppchen Kampfer. Ich hab' noch 2 in Salvers. Die Server Strike habe ich glaube ich einen, da oben in dem Riftungsshaft. Ich glaube, da gibt es aber mehr. 3 gibt es auf jeden Fall. Okay. Mal die goldene Kanone ausruieren. Wow, wow, wow. Aua, aua, aua. Schön an Revolt. So, Käfer, komm her, du Sau. Ich hoffe, ich bekomme auch was Schönes. Nexotische Umwand wäre cool. Haha. Achso. Äh, haben wir was angezeigt? Wo sind wir? Da. Achtung. Ich stehe die Granate. Ah, super, ne? Oh, fuck. Bist du nach vorne oder was? Ja, nach vorne. Nein. Scheiße. Scheiße, der macht ja immer schwer. Ja. Ja. Achtung, unten die Schweber. Ja. 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 Ich mach mal 1.000 weniger Schaden. Ja. Ja. Ich hab nur 1.000 weniger. Ja. Ich hab nur ein aufmerksam. Man Downs Ah da sind sie da Ich kann mich wieder wieder nehmen Ist ja der Nein nicht getroffen Oh Fuck So ein Loch ist auf Alles ins Loch Alles ins Loch Oh Damn Oh Oh Das ist auch Wann kommt der Patch eigentlich raus, dass man hier die drei Schwerter auch so kaufen kann, wenn man einmal den Boy-Zug durch hat oder die Cress? 19 Uhr? Echt? Na cool, dann kann man sich wahrscheinlich alle Schwerter kaufen, habe ich zumindest gehört. Alle, ja. Also wenn du einmal diese Quest erledigt hast oder die, äh, ja, das ist eine Quest, erledigt hast, das Exo-Schwerter zu bekommen, dann kannst du jetzt alle drei dann auswählen. Exo, nur legendäre Schwerter, aber jetzt keine Exo. Ne, ne, die Exo-Schwerter. Ne, ne, eigentlich habe ich gelesen, die Exo-Schwerter. Also habe ich gelesen, also wenn das nicht stimmt, ein Pech, aber ich weiß nicht, aber... Das ist schon mal eine legendäre Schwerter. Echt? Weil wenn du dir dann einen Exo-Schwerter bekommen, das wäre ja die ganze Zeit besser. Na gut, du musst sie ja einmal machen. Aber gut, ja, wenn du aller Ulk da und die Leute ja, gut, gute Frage. Ja, mal gucken, ich habe das auch falsch gelesen. Aber legendäre habe ich eh alle drei verschiedene, also von daher, hm. Das ist natürlich für diejenigen scheiße, wenn der mal einen Char hat. Ja. Ja, also der hat gar keinen Job zu, weil... Upsi! Ich bin über 25.000 auf dem Kopf. Nein, erwischt er mich auch noch, die Sau. Ja. Schmier uns. Ah, scheiße, mich haben sie... Mich haben sie gelegt. Ich bin hier oben auf dem Balkon. Ich bin hier oben auf dem Balkon. Ich bin nicht so voll erwischt, ey. Ich will wieder leben. Ah, das war schon. Ich vergesse, die Münzen zu nehmen. Ich hätte eine Demo-Karte erhalten. Wie war das denn? Keine kleine Angelegenheit. Wir sollten jetzt in den Greenbrookar zu kommen. Wie wäre das denn? Mit Schatz von der Königin und meinem Respekt. So, mal gucken, was sie so kriegen. Jo, wie die mich jetzt noch... Jetzt in dem Spiel sind, die mich immer noch anzuschlagen. Ja, ist in der Map leider so. Hey, guck mal, noch ein Geist. Was ist das denn? Die Jaderhase. Oh, echt cool. Ich kriege nur Geiste, man. Jede verdammte Dämmung kriege einen Geist. Ich hab die Jaderhase noch nicht gehabt. Das beschisseste Maschinengewehr in dem Spiel. Ja, cool. Super. Danke, Leute. Nein, schau jetzt nicht. Nein, schau jetzt nicht.